Hallo und herzlich Willkommen bei Neorasselp, wieder ne Runde Ranked, ja, ich nehm auf, wieder ne Runde Ranked, wie er mit dem Julian hat irgendwas im Fernsehen gesehen, warum der so abgeht, hallo, was er wieder macht, na, ich spiel heute g'sinn sau auf der Toplane, da haben wir Gragas in der Mitte, lieg'sinn im Jungle, was sagst du? Also ich denke mal, da ist Topia, Summitte, Evelyn Jungle, Alistair, Support, und natürlich war aus Articary. Und würde der ich liebe, hey Julian, ein bisschen schneller laden, wäre das auch ein bisschen besser. Äh, hier, schalte Livestream aus, wenn du willst, weil, ja, nee, ist ein YouTuber, den Namen darfst du nicht sagen. Hier, warum darfst du nicht? Ach, egal. Warum hab ich eigentlich so, ich bin 30? Das ist jetzt auch Gary's Mod, ne? Echt, oh Gott. Der so, okay, ich werde die ganze Zeit tilten und ich steck mir so, ja, man, wenn du mit mir spielst. Äh, schön. Also ich bin ein bisschen aggressiv. Weil du Vollardy spielst, wie meinst du? Ja, genau. Ich spiel wahrscheinlich, ach, ich weiß nicht, das ist ein Ranked, ob ich da auch Vollardy spielen soll. Hab ich dir gar Zeit Vollardy im Ranked? Ja, und? Gilles hat das auch gemacht, das ist übelst OP. Help me! Ah, nee. Nö. Also wir starten gut gelaunt in das Game. Ja, hey, okay. Voller Elan. Elan, Koran, maler, dicker Bruder, schwar. Oh, ich hab's Sandmann verpasst. Oh, jetzt kann ich nicht spielen, jetzt fehlt mir mal ein Sand in den Augen. Ich guck da, wenn du vorbein, kipp dir so ein Sandkasten ins Gesicht. Kannst auch so... Fat Boy braucht wieder am längsten. Der ist halt ein bisschen langsamer, der kann auch nicht so schnell laufen. Trag du erst mal so ein Fass mit dir rum. Oh, hast du getroffen, Junge. Don't understand why I am Silver 3. I was Gold 2. Oh, ich weiß mal, mein Handy weg. Mit ihr in der Aufnahme. Aber ich bin halt ohne Leute, und nur das schon irgendwie... Wenn ich an die Pender mache, würde ich das halt nicht irgendwie kacke. Wie wo? Warum? Hey, du es nur nicht. Ich weiß. I was Gold 3, placement for Barossa. Aha. Ja, so! Uh. So ein bisschen gefressen hast du. Ja, der hat sein Schild, sonst hätte der auch so gefressen. Ne. Ich glaub, der hat nicht so Hunger. Alter. Aber Lulu gibt mir ein Schild. Die ist nett. Ah, da hat Darius... Ne, wo ist Darius? Komm, komm. Ha. Ah, jetzt kommt die Ironie, jetzt kommt die Ironie. Dario gegen Darius. Das... Das... Du, 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 äh, Jugi... Ich seh nicht bei Jugi, Juju, dann. Oh ja, erst mal getreht. Das mach ich echt auch mal so. Ich nehm mir ne Achse und dreh mich aber in der Schule. Hey, ich spiele aber Bluebill bei... Beim Mützen, Mann. Ja. Oh ja, Alter, komm. Beim Tragas in real... Okay, nein. Du Rex. Du Rex, oh ja. Jüda, du kommst sofort hoch. Also, ich spiele jetzt defensiv. Wirklicheiner. Das pickst du auch Xinn gegen Darius. Okay, der hätte ich gecountert, aber... Ich war first and pick. Hä, warum countet? Countet, äh, Darius Xinn. Was willst du von mir? Nix. Ich will, dass du gangst. Und in der Nachricht, warte. Nix! Ja, warte. Ist ja okay, ich muss noch ein Rap machen. Nee. Seh ich nicht ein. Vielleicht machen das was für arme Leute. Ich wäre das Meisterleben, ne? Ja, und? Aber irgendwie ist er nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Stopp. Gott, der Mann. Ich denke mal, dass Evelyn auch kommt, so... Dass sie sich jetzt gescheit platzieren. Oh ja. Soll ich jetzt hier meine Zeit verschwenden, oder was? Ja, dann geh doch die Golems machen. Boah, die Golems sind immer so eine Verschwendung. Warum? In Ahnung, für die bringen fast nichts. Doch. Ja, aber die... Äh, Darius, ich weiß nicht, weil da vielleicht ist der irgendwie afk, oder so. Wäre schon gut, für dich dann hältst du auch ein Schuss. Ja, oh ja, dann hältst du auch ein Schuss. Wie, dann hältst du auch... Fick dich! Du recksau. Nein, Scheiße, kriege ich noch. Wenn der zu dick weht, hätte er es gewartet. Nein, jetzt habe ich keine Kuh mehr already. Ich kann nicht mehr lasten. Oh, doch. Du hast gewartet, ne? Echt? Also, ist Darius doch noch da? Ja. Ich habe ein bisschen gegeben, Junge. Nice, mit kein Flash. Mit no Flash. Der Darius ist ein bisschen an der Level. Der hat ein bisschen zu weit hinten gestanden. Ja, da komme ich mal von. No, kein Flash mehr. Bist du hingerannt? Bist du wieder runtergerannt? Ja. Back kein Flash mehr. Darius. Gut. Mit hat auch kein Flash mehr. Wir müssen ganz außen lang laufen, dass er mich nicht sieht. Ah, der war schon back. Der hat wards gekauft. Die Drecks aber. Ich push, okay. Okay. Uh, ein bisschen abgelackt, sagst du. Oh. Töte sie. Töte sie. Geh mir auf die Fresse. Darf ich mich töten? Ja, push mal die Minis an Tower, dass er Darius kein EP kriegt. Bitte, bitte, push, push, push. So. Ja, doch, ich bin getötet. Oh, Salo. Wer? Yassi. Ah. Ich hab noch kein Ding auf Gelb für Brutalisierer. Mal Pinkwood gekauft. So. Die mach ich wieder ab auf die Top-Lens. Oh, ja, Alter, mein Farm ist sehr wichtig beschissen. Dagar ist nimm den Farm. Ich hab doch gesagt, du hast es pushen, Julian. Warum hast du nicht gepusht? Ich hab gepusht. Evelyn hat gedeaft. Ja, und? Da müssten die Minis aber alle weg gewesen sein. Ja, und der Midlane war am Freekill. Da kill ich lieber den Freekill, als nach oben zu warten, bis der... Nee. Doch. Nein. Hallo, du gewinnst für mich so die Lane, wenn du mir hier hilfst. Du hast 1-0 heulen, ich rum. Ja, ohne Kack-Farm. Du hast 1-0, ich hab 1-0, ich bin blind, du siehst. Wir gleichen uns aus. Was? Ja, ich kann hören, du nicht. Oh, das wär ja scheiße, wenn du doppelt behindert wärst. Schlecht von unten fair. Ich komm, mein Freund, aber du kängst die ganzen Minions. Ja, ich weiß, deswegen glaub ich auch zurück. Komm, geh rein. Ja. Das sind grad ein bisschen viele Minions, egal, der hat eh kein Fleisch mehr. Ein hochwerfen. Ich mach's ihn hoch. Fick dich, du. Gut job. Muss ich flashen, Alter, für den Scheiß-Kill. Wächst es auch so langsam, wenn ich... Nein, jetzt verpiss dich, du hast den Kill gekriegt, ich krieg den Farm. Ich hab ihn gepusht mit dir. Du, nein, geh weg. Julian. Du kriegst den Kill, ich krieg den Farm, so. Okay, nett. Du bist. Yes. Okay. Okay, das ist nett. Das ist ein Digga. Ein ganz Digga. Ey, wir müssen, wir müssen eine Aufnahme mit Mischel machen. Nee. Oh, Kragas, I think you... Ja, ich kann jetzt nicht Blube im Steffen, bitte, Junge. Guck, jetzt wird er gedivet. Nice, Junge. Hat er ihn gepackt, sagst du? Nee, das gedaufte ja so. Äh, hat er ihn noch geschafft? Ja. Fatboy hat's gemacht. Mein erstes Spiel heute. Äh, du mach mal dann den... Ne, Wadda. Warte, ich mach den dann einfach. Ich hab 2000 Gold, ich könnte weggehen. Bist nochmal an? Nee, du bist grad nicht in der Nähe. Das ist jetzt gesagt, kannst du mal hochkommen. Nee, nee, ich muss Borderland. Oh, ja, Alter. Hä? Der Darius kriegt ganz schön auf die Fresse von mir. Tu das doch! Schön gemacht, Botline. Alter! Ja, Junge, ich bin Lee Sin, Alter. Ich hab' die Kälte in die Früge. Lacht sich auch ins Fäustchen. Ich will, wie... Oh, Kragas 4-0, Alter. Ich hab' 2-0. Und Kackfarm. Hatt' ich auch mal doben, ja. Ich hab's alleine hingekriegt. Außer, okay. Ja, komm, du nicht recht, packst allein, mein Freund. Mach ich. So, dann geh ich mit dem Wort klären. Ach, schnell hast du Erfahrung gekriegt. So, ich hab' zwei Kills mir genommen. Jetzt, diesmal mach' ich nicht den Fehler und lass' den anderen die Kills. Ja, wir können auch immer. So, Darius hat... Ab jetzt... Boah! Ach Gott. Penis im Mund. Darius hat... Hat ab jetzt Ulti, Alter. Das ist gleich. Ich komm' noch mal hochkommen oder bist du hoch? Nee, das ist eigentlich alles klappen. Wenn du willst, kannst du mal kommen, kannst du den Kill auch nehmen dann. Ja, alright, Buff, ne? Der hat noch keine Ulti. Ja, aber er hat... Wenn ich jetzt auf die Lane komme, hat er wahrscheinlich Ulti. Ja, ich hab' den Levelvorteil an. Ich hab' erst'n 20 Sekunden Ulti. Naja, ist okay. Ich hab' auch... Ich hab' erst'n 40. Der macht meinen Magic-Bot kaputt, die Dreck-Sau. Ich denk' mal, dass Evelyn jetzt öfters zu mir hochkommt, also... Ähm, bleibt mal so zwischen Bot... Äh, zwischen Mitte und... Äh... Top-Lane. Ja, geh' erst mal in die Mitte. Dario ist es aber erst, pass auf. Ja, egal, Mitte ist es auch erst. Nee, hier ist er wieder. Komm' grad hoch, weil... Ich glaub' irgendwie, so wie der hier rumläuft. Ja, aber hier unten ist gewartet, deswegen muss ich von hier kommen. Ja, ja, ist okay. Was, warte noch, bis ich die Mitte... Nee, bis ich die Minions in die Mitte gepusht hab. Ich glaub' nicht, der ist ja gewartet. Ich glaub', der wird einfach nur warten, bis, äh, Evelyn kommt. Ich hab' ein paar Sekunden-Ulti. Sechs, fünf, vier... Gut, komm. Na, der... Spiel zu defensiv. Oh, ja. Nee. Hier ist alles geordert, der kauft die ganze Zeit, Worts. Ja, egal. Ich kauf' dann später das Item zu weg, mal. Oh, Evelyn's-Sitted-Bot. Echt? Ah, find' ich gut. Oh, deren erster Kill. Ich würd Lulu reporten. Oh, was machst du Kragow? Oh, bei mir ruckelt's grad ein bisschen. Lol, der Kick, der ploppt, meine Kuh, Alter. Oh, da hab ich ein bisschen viel kassiert, war vielleicht nicht so eine gute Idee. Boah, ich will ihn so harddiven, ne? Also, da ist mir ein richtiges Noob-Verlangen da. Diese kommt richtig der Bronze-Gree draus. Richtig so... Alter! Nice Kragas! Nein! Sorry. Boah, Evelyn! Piss, Alter! Ah, ich kann den wenig nicht kriegen. Gut, ich push jetzt den Tower. Wenn der, Bruder. Zumindest beim nächsten Mal. Oh, okay, okay, beim nächsten Mal. Ehe, ich hab' nicht mehr so viele Minions in meiner Verfügung, weißt du. Brauchen ja auch irgendwann mal Urlaub. Oh, fuck, schlechte Idee. Okay, mir leid, wenn ihr das sehen musstet. Boah, Kragas ist gut, Junge. Das freut mich doch. Oh, das war scheiße. Aber da röst halt keine Kneipp mehr. Ne, komm, ich lass' es lieber. Oh, nice. Oh, ich geh' noch, assist' Äh, der von Mitte. Junge, ich hab' mein Leben, Mann. Ja, und? Ja, Junge, okay. Ich werd' kein Ultima. Darius, du kleiner Elefant. Ah, diesmal mach' ich schon. Bin ich nicht so schlecht. 3-0-4. Catelyn hat eine ganz gute Form. Ja. Die werden so, ich hab' schon keinen Bock, Botlane zu gank. Ich hasse das. Außer mit Evelyn ist das halt gut. Oder mit Sharko oder so. Ja, mit so normalen Jungle, ich mag's auch nicht. Ich gank' auch nie Botlane. Ich hasse das irgendwie. Keine Ahnung warum. Boah, diesmal geh' ich aber tanky. Auch wenn's eigentlich scheiße ist, wenn man gut ist, dann soll man nicht tanky gegen deine Ahle. Aber bei dieser ist das Sinn. Ja, ich geh' ja wahrscheinlich halt. Deswegen denk' ich mal, dass du nicht Ahle geben musst. LOL, der ist Mitte. Auch, warte, dann pusch ich. Okay, okay, Gott. LOL, der kriegt den nicht. Ja, sorry, aber ich wusste halt nicht. Nene. Wie er sich freut, der Greggas. Arius? Sind wir jetzt in der dritten der Mitte? Evelyn kommt aber hoch. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ah, das wär halt ein Easy Kill gewesen, wenn Darin schon da gewesen wäre. Ja, sorry. Hey, Job. Du hast schon, Job. Ich weiß halt, wenn ich runterhalten muss. Das ist so. Die Noob Chams müssen unten gehalten werden. Ich find' eigentlich, die Xen Sau ist immer nur Rupé. Rupé nicht, ja, aber stark. Ja. Wenn du die noch gut kannst. Ich muss jetzt eigentlich, aber früher, als ich noch so voll der übelste Anfänger war, hab ich immer den gespielt. Da hab ich immer Xen Sau gespielt. Jedes Game. Ich weiß. Und danach kam Diana. Ja, danach kam Diana. Als sie noch Rupé war. Danach. Ja. Wurde sie ja totgenervt, sagen wir's mal so. Ich find' ja immer noch geil. Ich find' ja immer noch geil. Ja, ich spiel' halt mehr Tanki jetzt. Früher bin ich ja Full-AD. AP meinst du? Ja. AD geht auch. Ja, aber... Eigentlich so Spasti. Ich hab mich in Ruhe. Drago! Komm, Fatboy! Komm zu mir! Hat er grad echt Ulti gemacht. Kragas? Ja. Ist doch egal, jetzt weiß es ich, wie wenn ich abklingzeit auf die Ulti. Darf ich deine Geister machen? Ja. Ich bin dann so mehr. Verrat' was tun. Also ich muss sagen, ich bin nicht so der beste Farmer, weil ich ja eigentlich Main Support bin. Kann man Dragon machen. Ja. Darü ist es Botlane, darü ist es Botlane. Komm, wir gehen runter. Du bist eigentlich Spätser. Lass mal Top-Pushen, komm. Nee, lass Botlane helfen. Oder? Ich weiß nicht. Ja, ich geh Top-Pushen, du wirst helfen. Und danach, wenn ihr zwei getötet habt könnt, oder wenn ihr zumindest Catelyn auch so rausgenommen habt. Oder Evelyn. Darius, komm, Darius. Ah, hier. Ah, du war Evelyn. Darius kommt hier. Warum sagst du mir das? Ich sag's nicht dir, es ist Kragas, der hört mich. Ich farm, ich farm. Ich geh mal auf K-Farm und guck euch zu. Uuuuh. Ach, denn ihr da. Oh. Evelyn. Oh, jetzt hält er am Arsch. Oh, die Combo. Oh, mir ruckelt's gerade. Dann pushe ich. Alter. Alle Bot. Mein ist Dragon. Ah, kann ich nichts machen. Nein, push doch Top. Das bringt mich, wenn du da hinläufst. Stimmt, ich bin behindert. Warum bin ich da hingelaufen? Ah, egal. Ich war so ein bisschen brainer auf, aber es ist nicht so. Boah, ich hole mir jetzt die Kills. Ich komm runter, ich komm runter, ich komm runter. Kragas spricht mir aus der Seele. Ich muss mal ein bisschen eierkragen, ich kann auch nicht fahren. Ich kann auch hier aus 70. Wir haben es einfach gesagt. Ich habe mir noch einen Kill geschnappeliert. Ja, stimmt. Ich hätte echt pushen sollen. Ich bin behindert. Ich weiß, was passiert dann. Schauer hätte uns allen mehr gefahren. Kragas kommt. Fat Boy. Ja, dann gehe ich jetzt top. Ja, du nass. Du nimmst dich genüsslich, den Kill. Michael Gönnenschmied. Aber schön. Okay, gut. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus, das Racken, muss ich sagen. Lolo, die Scheiße. Was hat hier mit den Farmer? Das mache ich aber auch immer. Wenn ich meine Articare ist, dann glaube ich, mit Lolo immer den Farm. Ja, die kommen jetzt eher... Ja, ich weiß, ich habe es vorhin gemacht, dass ich runtergekommen bin. Die kommen jetzt eh alle. Also ich glaube, ich habe fast gar keine Chance zu pushen. Oh, ja, da kommen die neuen Minions. Nee, die sind alle immer noch Botlin. Echt? Ja. Boah, das finde ich hammergeil. Nee, da ist es hier. Soll ich mal Tower-Diven? Oh, du musst ihn schon finishen. Oh, fuck. Das war nur ich. Aber naja. Aber richtig schön. Oh, ich bin Traktor. So, drückt kein Damage, aber wirklich, gar kein Damage. Geil Damage. So, mal zum Wortstein. Allom, Evelyn war gerade hier am Tower, ne? Was macht jemand im Jungle, ne? Fatboy muss noch fahren, Junge. Ich komme, Fatboy. Lauf zu mir. Das ist ein armen Jungmann im Rune, nur weil er ein bisschen dicker ist. jetzt ist aber ein bisschen normal bin dabei ist er komisch gelaufen ja wie soll man sonst nein ich gehe top-line Ich muss doch wieder junglen, ist behind, Level 11 Ich glaub ich kauf noch ein bisschen abwegseln, weißt du Was wollt denn ihr alle von mir? Ja manche Leute sind ein bisschen peter dran, ich komm ne, also wir könnten feiten Boah, Drexler Oh lol, hat keiner gesehen, außer die Aufnahme Wie ist das jetzt eigentlich passiert, ich bin nicht mal auf R gekommen Eigentlich werde ich hochgezogen, auch wegen dem, naah Scheiß drauf Ich geh wieder Topline Ich schaff das schon da unten, ich glaub an euch Okay, noch ganz wenig Gold, dann kann ich mir Trinity leisten Oder ich weiß nicht, soll ich erst auf Hydra gehen, aber jetzt hab ich noch das Item Egal, komm, brauch ich mit der, nein! Komm mal, ich hab keine, ich hab E- und keine Ulti, weil ich kaum Geil Oh, ein bisschen viel Ultis Vor allem für den Arm rausgenommen, eine Dario mit 3-7 Ich komm, ich komm, ich bin auf dem Weg Ist er lang? Nice Komm Nice, auch von ihm Glaub ich nicht Er war schon schön von mir Ja, der war richtig gut Und was auf, da ist Alibaba, der nimmt uns Das ist der Eilig da Stehst du Lich Bane, Eilig da Joll Hab ich nicht abgenutiert hier Hahahaha Oh 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 sorry Ich kenn' ich nicht so'n Sachen Hahahaha Hahahaha Wir machen hier noch die Geister Na, wir müssen aber in der Mitte da, wenn ich mit die Geister dann... Oh, Drang ist da Fuck, die machen den jetzt Dann deft die Ach, scheiß auf die Geister Ich hoffe mal, ich hab' genug Mana-Rack, Alter Und Lulu, du bist ganz schön am Arsch, ne, mit deiner wenigen Mana Ich komm', Junge Oh Lulu Ah, ich geh top, ich muss top lane Ja, geh top Ne, 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 warte ich Dann geh' ich lieber top Weil du kannst smiten Warte, scheiße Wir müssen die Kette dann retten Ah, geh top, scheiß drauf Auch wenn die sterben, geh top Oder nein, komm, wir fight'n Komm, 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 komm Wir fight'n lieber Spring auf den Ne, der Typ über die Wall Ach, komm, fickt euch Wir müssen jetzt irgendwas machen Wir müssen am besten Dragon jetzt machen Und Lulu auf AFK zu sein Hier ist gewartet Ich hol' den raus Geh' weg Ich hol' den raus Ich hol' den raus Weil ich's ganz ehrlich gesagt, ich kann den Ich hol' den, weil er mit mit Mit's mir cool tut Oh, wer hat den jetzt weggekickt? Ich geh' back, ne Ich helf' Lulu Ich geh' back, ne Immer noch's mal heiß Oh, fuck Oh, die haben wir Schnell' Job gelockt, ey Wo ist sie denn? Da Hier haben wir Müsste sich beeilen Müsste sich beeilen Ja, ja, ja Ich beeil' mich ja schon Ja, der kriegt den Tau Nee, glaub' nicht Ja, nee, nicht rumlaufen Oh, ich wollte' den Assists Oder den Kill Mit Oh Gott Leute, warum seid ihr Ja Das war gar nicht so und so Wir machen's richtig Nee, das war kacke Die machen's richtig, mein' ich Achso, ja Switch-Push halt Wir sind so blöd Laufen alle hoch Weil ich push' Botlane Bisschen zurück Äh, Toplane, mein' ich Pass' immer mit Drake ist done Also wir haben Drake gemacht Ja, ja Ja, groupnet Ja, das ist nur kacke Ich muss mir Erst Toplane zurückpushen Sonst wäre kein Sinn Keiner kauft ihr Homeguards oder so Dass du dann immer schnell Backing kannst Ja Ich glaub' ich pack' die alle Ja, klar Das ist nur ein 1 Aber mein Farm ist nicht so der cremigste Naja Wenn ich mir so die anderen Äh Minion-Kills anguck' Dann, ja Loll, Varus hat keine Schuhe Loll Braucht keine Schuhe Der ist wendig Wie ein Boot Krag' er ist nicht da Ja Holt ihn dir Schön Aber bloß ein bisschen Da Der Alistar, der kriegt auch Oh ja, Alter Der kostet aber auch ganz schön Kommt ihr noch? Jo Oh 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 Julia Katelyn Ich komm' Ich komm' Mein Blue Ich hatte Blue, das war's mir wert Ich hab' Ich hab' Ich hab' Das gelter für πολύ Und wir müssen zwar pushen Ja, ich push top Katelyn macht jetzt halt der Menschen, ne, die ist halt gefallen Ich hab' gut gefahren, ist er nicht, na aber dies hat halt gefahren Bär wir oft gestorben oh ja die dreckser ich habe nach fleisch ja keine kuh ready habe ich ein tower verbraucht ja wir haben mitte gekriegt naja gut ein kleines ziel erreicht so ein bisschen scheiße ich hätte nicht so auf den tor gehen soll ich habe gedacht die minions kommen nach aber wir haben darius noch angegriffen doppelt perfekt ist sogar besser als letzte aufnahme mit dem sound qualität normal habe ich mir über red buff genommen ist heute vielleicht naja okay kettin packt allein neues bild angeguckt so fing ja so und denkt da war noch andere in der nähe also durchgejumped richtig durch wo manchmal habe ich so kleine ruckler das finde ich nicht so cremig ich bin auf dem weg ich bin auf dem weg ist ich da war es nicht da das gut die gehen auch schon zurück ich glaube der will die botten soll ich runter gehen oder ich gehe ich gehe links und wachsen auch keine schuhe ich muss nichts packen hat er der stück okay jetzt gehen alter gragas ne ich schreibe extra noch wie careful dds reingegangen auf doch gut so ich komme von hinten meine lieben freunde soll ich auch kommen na alles cremig weg danke alter die lulu hat mich auf voll den arsch gerettet ich mach den bot tower ja jo 3x lulu also 3x juli ich gehe top lane weißt du ob die lulu gut ist oder so war nicht schlecht ich habe ich vorhin voll so verstehen ja die sind alle bot lane das ist voll geil das ist aber ein bisschen viel meint da nicht meine freunde ja alles gemacht auf mir jetzt meine minions kommen nicht nach und die kriege ich die kriege ich ich komme von hinten bei war es war es um zu leiden auf geht es nicht mehr jetzt nicht mehr ich habe es gerade ich habe es gerade gesehen alles für mich wollen rausgehauen aber die eveline freund hat mich gesehen ich glaube die 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 durch die 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 unite oe cb die i choisiger wird die die ich war verhaft prem Brecken gober nein haben die die amt reich nur töte dingen oder die haben kein drücken gemacht stets in der dem chat pass auf nur wegen ich komme auch zu euch kommt zu euch ich glaube daraus kommt von richtung toplan ja da ist er oh ali ge weg ich will kein döner ali alter toplan hat sich ja so gepusht ich will die wave holen aufkommen ist jetzt rein caitlin nicht als erster und ich am tower hat keinen sinn und jetzt perfekte ulti ich weiß gar nicht ob wir den besseren poke haben ja und hat ja so der hatte nicht die größte range er kann aber halt alles blocken deswegen ich mache da hat mich nicht noch mal so nein greggers ich will den komm mal mitte ja zu mir hat keine unterbrechung erst mal den ich bin rausgeflogen kurz kommst du noch ja ja ich habe doch dran dabei gemacht lasst mir den ja ich weiß ich habe ich gedacht ich bekomme penta aber ich habe nicht gesehen dass sein schon tot war ja junge ich habe 100 apk auf mich ein lasst mir den ja muss ein paar opfer bringen wir könnten eigentlich denn nimmst du noch auf ja ich habe auch so sehen kleine unterbrechung gerade reingemacht man sich einfach schneiden zusammen ich muss ich bin nämlich ich habe auszusehen ich weiß gar nicht immer ob ich draufgeklickt ohne immer draufgeklickt mir auch so rausgeflogen ja doch genau skype ist jemand angekommen und da habe ich auch sind draufgeklickt und da bin ich rausgeflogen ja junge quadra muss ich glaube ich habe schon drei quadras auch nicht kennen du den kettler mir fehlt so wenig geld ich habe 4700 ich glaube ich habe echt gehen wir wollen noch die 500 äh 5.200 habe ich mir fehlen noch 300 für schwarzes kreis wir erreichen noch die 5000 gold ist jetzt mein ziel da gab es bisher so ein bisschen oh ja lulu alter macht die scheiß wölfe äh geister den war aber nicht so gut die haben irgendwie 3 gegen 5 gemacht dann kamen wir beide dann fahre ich eine loran hier ja ach komm da wird es halt nichts mehr mit dem 1000 gold ja 5000 gold oh mir fehlen immer noch 100 ich gucke was ich mir jetzt so leisten kann so erstmal die hydra so 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 ich weiß nicht mehr soll ich mir eine klinge holen ja also nett oder jetzt gar nicht es klingt einfach so wenn jemand ablackt oder so dass ich noch mal mit leipzig hinterher rennen kann wo ist der GA er ist schon wieder tot der ja so ne doch nicht ne kettln ist tot ja schön ist doch gut schön gemacht kettln schön gemacht sag mal mein junger alter für ne triniti verkauft ne so warte kurz ich bin vorhin auch ich habe die aufnahme gestartet fps lax ich denke nur so fuck alter ah jetzt geht's so auf wen bumsen wir als erstes denke wir packen 2 gegen 5 barus evelyn und so evelyn ist tot oh ja dann zieht der mit ok es war ein teamfighter aber er hat mir gesteilt ich bin weißt du wenn ich so ganz viele kills habe und so übelst damage zurück dann denke ich mir nur so boah alter jeder steilt mir er lobt mich ja so hä der logan ist geschrieben auch wo weiter oben also ok ja komm alter ich hab 16 2 ich hab euch hochgefiedert ich hab mir den ersten kill gegeben dass da ich behind war mit denen habe ich jetzt gut down gehalten aber der war irgendwie voll behindert der hat der ist irgendwie back gegangen und er war übelstang nett auf der lane und hat mir die ganze zeit free farm gegeben da war ich level 3 in r level 2 und dann konnte ich halt engage in und dann habe ich down gehalten ja das stimmt das haben glaube ich alle aus unserem team so gut gespielt ja jetzt bin ich tot jetzt war ein kack teamfight ok 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 kaitlin chillt ihr nuggets alter werfen wir mal rein gejumpt glaubst du schlägt den noch wen ich weiß nicht ne ich glaub nicht dennoch ne dein ulti glaub ich gefällt lol jetzt schnell den red machen kaitlin hat auch einen dragon gemacht schön schön irgendwann das game können wir immer noch verlieren du weißt wie es damals war als wir gewonnen haben so ein game weil wir waren damals bei nexus tower verloren habe ich von den gegnern gehabt und wir haben es noch verloren es war bei uns auch so wo wir den wo ich auch gespielt habe und du glaube ich wie da haben wir doch auch bei der nexus tower äh darum gehabt wir haben gewonnen erst mal ein bisschen disrespekt ich will zu aufpassen ja 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 ich will noch ein tanky kackeres item holen tanky damage schaden gibt es da was überhaupt hier musst du gucken du kannst dir den wardstein kannst du noch verbessern dann kannst du dir dafür das ding item kaufen das ähm wie heißt dieses dieses äh ah die haben baron gemacht wie leider egal schon mit trinity ja und du kannst im wardstein noch ausbauen und dann kannst du dir dieses komische aufdeckeitem holen ja hab ich ne ich höre mich schlund von meinem mord kannst du auch machen mir ist wurst käse wurst ja käse wurst schmeckt ziemlich gut musst du mal probieren ja ja gibt es beim metzger die käse wurst doch doch ich trotzdem ja ja so ist bot ja und kätlin ist tot never never kätlin vielleicht in die andere richtung ja nice flash du kleine dreckse boah ne komm lass die anderen ficken ne ne oh gott kragas oh gott so ein failing gauge ich seh nix ich seh nix bei mir lagst du grad übelst ah bei mir ist grad krass gelangt ich konnte keine klinge auf ihn setzen ist halt voll aufgeregt seine ulti saved ihn also hat lulu ihn packt lulu soll das weglaufen nein die reisstealer ist hell alter lulu wie kacke kann man sein mit lulu Dario der hat mich auch gelegt der hat baron und lifesteal da ist lulu nicht kacke doch der würde kaitlin auch noch legen hätte er jetzt nicht gefällt ne hat er aber so jetzt hab ich endlich guardians hickt euch alle ne warte ich müsste es aber andersrum setzen so kann ich nicht gescheit spielen ich weiß nicht warum ich es mir so angewöhnt so komm ich mir erst noch homeguards wir müssen einfach engagen das ist alles weil wenn die engagen ja die kamen halt schon ultis wir müssen einfach den varus sofort alle auf den varus springen aber wenn der varus am arsch ist dann können die anderen mich auch mal am arsch legen kann sein kann sein ja ist so mein red Dario ne 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 Wir hätten schon längst finishen können, Alter. So, ich hab genau den gleichen Farben wie Catelyn. Wir haben jetzt mein Item zusammen. Oder wir engagen einfach mit... Nein, komm, wir gehen alle in die Mitte. Nee. Du gehst jetzt nicht rein, fickt euch. Ups. Der ist Evelyn. Komm, wir machen einfach den In-Hip, ja. Geht mich weg, bitte. Warte, zieh mich rein. Alter, Catelyn, wie kann man so bekloppt sein und so eine Hand... Boah. Ich geh auf ja so... Loh, ich hab sie gesaved. Haha, ich hab noch nen Guardians. Ich hab sie so gesaved. Ich mach den In-Hip. Ich hab Evelyn gesaved. Du Monster. Hätte ich noch nen Blutdester oder so, wird's bestimmt mehr weh tun. Wuh. Wuh. Hey. Jetzt ist es ein bisschen unfreundlich. Okay, fickt euch. Alter. Der Ali, ne? Kann ich auch. Oh, oh, nein. Ich will nicht von der... Oh, gut. Krieg ich den auch einfach mal weg. Hier, auf die Leute rumzukehren. Ja, gefinished. Wuh. War ein schönes Game, würde ich sagen. Doch, man kann ja auf die Stats gucken. Was hattest du? 8, 7. Oh, im Plus. Ah, sieht man nicht mehr gerade. Aber ich würde sagen, ein schönes Game, wenn ihr bis dahin zugeguckt habt. Danke fürs Zugucken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.